An diesem Sonntag zog der Racozzi Festzug durch Bad Kissingen. 76 Gruppen stark war dieser Festzug. Es war wieder eine Pracht diesen Festzug anzusehen. Es ist immer wieder schön zu sehen wie viele Menschen diesen Festzug besuchen. Schauen Sie nun einfach mal diese Bilder an und lassen Sie es auf sich einwirken. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020